15 Runden angesetzt. Es war ein bisschen ruhig geworden in dieser Gewichtsklasse. Jede Gewichtsklasse braucht ihre großen Boxer oder aber, ja, schillernde Persönlichkeiten. Und hier war Emil Griffiths, ein Boxkünstler, abgetreten. Und dieser Curtis Cox war Weltmeister seit 1966 und verteidigte seinen Titel hier zum fünften Mal. Also in der schwarzen Hose, das ist Willi Laddick. In der weißen Hose, Curtis Cox. Also die Wäldergewichtler, so knappe 67 Kilo. Und wenn ich die beiden Burschen angucke, dann habe ich das Gefühl, die haben auch ein bisschen runtergehungert, denn sie sehen ja körperlich aus wie Mittelgewichtler. Wie war das bei Ihnen mit dem Gewicht? Hatten Sie Probleme? Ja, ich war immer hart an der Grenze und die letzten Tage musste ich natürlich sehr auf Flüssigkeitszunahme verzichten, was mir unter sehr schwer fiel. Dann wollen wir doch mal gucken, was der Walter Schneider hier möglicherweise anders gemacht hätte. Also in der weißen Hose, der Titelverteidiger Curtis Cox. Und der Willi Laddick, der Herausforderer ist wieder einer der so wenig geliebten Rechtsausleger. Also die meisten Rechtsausleger, es gibt Ausnahmen. Daniel Maske ist so eine, aber alle anderen fast, die müssen angreifen. Die sind am stärksten, wenn sie angreifen. Ja, ja, natürlich. Vielleicht war Rudi Pepper auch noch einer, der boxen konnte, aber ansonsten sind sie ja so eingestellt, dass sie ihre linke, meist schwere Schlaghand, wie bei Dieter Hoogs ja, rausbringen wollen. Also der Weltmeister Cox ist, guckt sich das Ganze vorsichtig an. Jetzt zweite Runde. Weil ich muss mal versuchen, beim Rechtsausleger nach vorne zu gehen. Ja, dann müssen sie meist nicht, was sie machen sollen, nicht? Dann müssen sie sich neu aufbauen. Ja, nun, wie haben Sie die Rechtsausleger gekämpft? Mit der rechten oder mit dem linken Haken? Beides ist ja gut. Den linken Haken und vor allem links in die Gegner rumpfen auch. Das ist wichtig. Um von seinem linken Haken wegzukommen. Ja. Er versucht es also auch mit der rechten mal, wenn er kommt, wenn die linke raus war, dann der Versuch mit der rechten zu kontern. Na ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, er wartet ab, er versucht es mit der rechten, ich kobe es, halber Schritt zurück und dann kommt sie, ja. Aber auch eine harte Geschichte, es geht um den Weltmeistertitel. Und da müssen beide alles bringen, was sie haben. Ja, die rechte kommen, ja. Jetzt wird er langsamer, der Willi Ladig. Das zeigt doch eine sehr gute Beinarbeit. Also, Ausschnitt aus der dritten Runde. Wie gesagt, angesetzt war der Fight über die Weltmeisterschaftsdistanz von 15 Runden. Heute ist das anders, heute sind es nur noch 12, aber damals war das schon ein Härtetest. Ja, und er versucht mit dem linken Haken immer mal unten durchzukommen. Der Herausforderer. Gehen Sie heute noch ab und zu zum Boxen? Ja, soweit es sich in Deutschland was anbietet, schon. Aber ich habe ja leider dem Berufsboxsport eben etwas in den Hintergrund getreten. Ja, aber jetzt kommt sie wieder. Jetzt kommt sie wieder, nicht? Ja, war lange Jahre weg, aber jetzt ist doch eigentlich das Interesse wieder da. Um Boxen ist das, was so als gesellschaftsfähig bezeichnet wird. Also, immer noch dritte Runde. Curtis Cox, der Weltmeister im Weltergewicht in der weißen Hose. Ah, er kommt immer, ja, er kommt mit der rechten jetzt besser durch. Was fehlt, was würden Sie jetzt probieren, wenn Sie da im Ring ständen, Herr Schneider? Ja, ich würde mir beinahe, mir kann die beste Beinarbeit anwenden. Und auf der Distanz bleiben, denn bei 15 Runden, da muss ich mir schon das Pensum etwas einteilen. Ja klar, ich würde mir das. Also, was mir auffällt, der Koks bleibt cool. Ja, er wartet ab, er überhastet nicht, ob er da vorne ja mal ein bisschen mitgenommen war. Vermeidet jedes Risiko. Ja, und dann diese In-Fight-Szenen, die nicht schön sind, die die Ringrichter drüben in den Staaten laufen lassen. Jetzt war er drin wieder, mit der rechten. Aber dieser Ladik verkauft sich so teuer wie nur möglich. Ja, der Kampfstil war an sich nicht meiner. Ja, aber was will man machen? Halbe Distanz. Es gibt manchmal Gegner, die passen nicht zu einem. Richtig. Aber damit müssen sie fertig werden. Haben sie doch auch gehabt. Da gibt es zu überlegen, wie man den bekämpft. Ob Да. All Disland. Okay, jetzt ist es hier. Okay, Premier. Okay. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay, good. Stay, stay, stay. Okay, cool Clemse. Und jetzt kommt die fünfte Runde. Da müssen wir aufpassen. Das ist nämlich die letzte Runde. Da ist sie. Oh gut. Die rechte dreimal drin. Einmal ein fantastischer Aufwärtshagen. Wenn jetzt der Ringrichter gut ist, dann zählt er ihn aus. Oder geht es noch mal weiter? Da sollte er abbrechen. Ja. Es geht auch dazwischen. Gut. Also. Sieger in der fünften Runde dann durch technischen K.O. Curtis Cox. Er bleibt also Weltmeister im Weltergewicht. Gab es bei Ihnen mal die Möglichkeit, an einen großen Sittel ranzukommen, über den Deutschen hinaus, Europa oder vielleicht sogar Weltmeisterschaften? Das war damals. São